Herzlich Willkommen zur dritten Version von Tommys tollem Trinkspiel, dem perfekten Weg, um aus einer langweiligen Party eine langweilige Party mit vollgekotzten Badezimmer zu machen. Natürlich nur, weil während des Spiels jemand Magen-Darm bekommen hat, da ihr das hier selbstverständlich ohne Alkohol spielen werdet. Die Spielregeln sind wie immer recht simpel. Ihr lasst nacheinander das nachfolgende Video laufen, pausiert dieses dann nach Belieben und führt anschließend die Aktion aus, die auf einer von den knapp 250 Karten steht, die euch angezeigt wird. Anschließend startet dann die nächste Person das Video erneut. Sollte bei einem Spieler, während er an der Reihe ist, Werbung abgespielt werden, so muss dieser Spieler die Hälfte seines Getränks ächsen. Ihr könnt dabei den Zufälligkeitsfaktor des Spiels noch einmal deutlich erhöhen, indem ihr die Abspielgeschwindigkeit des Videos erhöht. Und falls ihr jetzt auch noch die perfekte musikalische Untermalung für eure Party braucht, sei es Geburtstag, Silvester oder Beerdigung, so empfehle ich euch unser Album Pimmelparty zu streamen, zu dem auch unter anderem der Hintergrundbeat gehört, den ihr gleich hören werdet. Es würde mich wirklich freuen, wenn ihr da mal reinhört. Also, kennt euer Limit, viel Spaß, steckt einen Gruß mit rein, bla 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 bla, ihr kennt das Zeug. Ja, mein Schatz! Ja, mein Schatz! Ja, mein Schatz! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.